sah die Regisseurin der fabelhaften Adèle Enel auf den Leib geschrieben. In Frankreich ist sie ein Star. Und im Interview überrascht sie mit ein paar Brocken Deutsch. Machen wir und dann wechseln wir zu Französisch oder wenn es nicht geht. Ich liebe diesen Film. Also das ist mein liebster Film, den ich je gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass für mich Kunst, also Schauspielerei, hat sehr viel mit Sport zu tun, also kollektiv Sport zu tun. Man muss einbilden und auch sehr, äh, Man muss erfinderisch sein und zuhören. Es ist wie ein Fußballspiel. Ich antizipiere, wie meine Partnerin Noemi sich bewegen wird und passe mich an. Sekundenschnell.